Manchmal, wenn gar nichts erhielt, wird vielleicht ein Engel. Ich glaub, es gibt hoch über uns eine Welt, die niemand sieht. Dort weiß man ganz genau Bescheid, was unten hier so geschieht. Und wenn ein Mensch nicht mehr weiter weiß und sein Herz ist traurig und schwer, dann kommt irgendwoher vielleicht ein Engel. Jeder von uns braucht im Leben ein Mann, einen Engel. Manchmal, wenn gar nichts mehr hilft, hilft vielleicht ein Engel. Einer, der sanft dich berührt und wenn es sein muss, auch führt. Manchmal, wenn gar nichts mehr hilft, wird vielleicht ein Engel. Einen Engel habe ich mir als Kind ganz anders vorgestellt. Und wenn dir einer begegnet ist, ist es später, als war er nie da. Und doch, der Himmel ist da, zeigt dir dein Engel. Jeder von uns braucht im Leben einmal einen Engel. Manchmal, wenn gar nichts mehr hilft, hilft vielleicht ein Engel. Einer, der sanft dich berührt und wenn es sein muss, und wenn es sein muss, auch führt. Manchmal, wenn gar nichts mehr hilft, hilft vielleicht ein Engel. Einer, der sanft dich berührt und wenn es sein muss, auch führt. Manchmal, wenn gar nichts mehr hilft, hilft vielleicht ein Engel. Glaub fest daran, dann kommt einmal vielleicht ein Engel. Auch zu dir.